Hey Hallöchen Leute, wir sind mal wieder auf dem Gipfel der Trolligkeit angelangt Und Burns möchte euch heute mal sein ganzes Leid klaren Ja, hart und KS mir die ganze Zeit Ja Spaß Weil ich zwei Kills hab und natürlich alles geil Drei Du hast drei Ich habe zwei Kills Du hast zwei gekillt, lol Ok, bei mir wurde angezeigt du hast drei gekillt Deswegen hab ich auch komischerweise drei Assists Ist ja auch egal, jedenfalls hat er mir dann halt zwei Kills geklaut Ja Obwohl ich ihn supported hab, like a boss Wo hast du mich hier supported? Ich hab versucht dir die Ulti raufzugeben Du standst nur aus der Rain, da konnte ich ja nichts machen Ja, du bist ja auf die falsche Taste gekommen Richtig, da kann ich auch nichts für Los Warwick, lauf dem alles dahinter her, los Lauf dem alles dahinter her Ja, schöner Fuck Braver Hund Lala... 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 Jo, Killingsfree, bitch Ey, der Ezreal ist aber auch echt blöd wie sonst was, oder? Ah, okay Jetzt krieg ich den Kill wieder nicht Joooooo, er hat ihn gekriegt und ich wollte mein Beil schmeißen! Unbelievable! Ich weiß gar nicht, das ist mein... Ich hab sogar mal die richtige Taste erwischt beim drücken! Mensch! Ich hab gerade so die ganze Zeit auf meiner Maus Taste W mit E verwechselt und hab deswegen immer, wenn ich so schnell rennen wollte, immer meinen CD scheiß gemacht und immer wenn ich meinen CD scheiß machen wollte, hab ich auch Sprinten gemacht! Aber jetzt hab ich gerade mal die richtige Taste zur Abwechslung getroffen! Tja, unter welchem Titel soll ich denn das jetzt reinstellen? Philipp findet die richtige Taste, oder? Richtig! Tasten-Finding-Like-A-Boss Button-Finding-Like-A-Boss, wir müssen ja beim Englischen bleiben! Ja genau! Mein Minion! Oh mein Gott, wie ich das Beil vorbeigeschmissen hab! Oh mein Gott! So fail, so fail, Bro! Bro, Bro, Bro! Eigentlich war es real einfach nur ein Show-Kick, ich hab keine Ahnung warum! Ich mein Silja ein! Da kam einfach mal so der urischste Sperr angeflogen! Dann kippt sie gleich auf den Sack Sperr! Come on, bitch! Come on, bitch! Come on, come on, come on, bitch! Und, 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 und! Oh! Oh! Stealed like abouts! Oh! Wie, was, hä? Wir gewinnen das Spiel! Mensch, unglaublich! Ja, scheiße, ich glaub dann spielen wir keinen Smite mehr, dann verlieren wir ja! Ja, das heißt, wir spielen jetzt noch ne Runde, lol! Nein, wir spielen jetzt noch ne Runde, lol! Ja, wir werden jetzt in der Sack Sperr! Das heißt, es wird gut vertre nonprofit verbatiert sein! Verwürdig, was, hä methodisch nicht, was, hä? Säge diese Art, ja, wir können mit dem mit dem du, die Sack Sperr!